Hallo und herzlich willkommen zur Falsen-Axien Minecraft Remaster! Ich hab das letzte Mal dieses Spiel am April hochgeladen und das ist schon eine Weile her. Und ich sag einfach, wir machen weiter! Äh, ich sag mal, continue! Wir sind jetzt auf der zweiten Nacht. Ich mach's so, komm ich nicht auf 10 Minuten, versuche ich noch die dritte Nacht. Ja, okay, ich hab's muted. Ich will eigentlich das nicht muten... Egal sein aus dem wir mal kurz vor Papa Jumpscan. Doobloh! Wer macht dieses woll... So, jetzt sind wir wieder mit vollem Mute-Call. Diesmal wein ich auf. Ah, hallo hallo! Hallo Wahrscheinlich Backroo Ja natürlich Direktionsmöglichkeiten Super kick friendly Those older ones shouldn't be able to walk around But if they do The whole Freddy head trick should work on them too So whatever I love those little characters Did you ever see Foxy The pirate The white Foxy Oh yeah Foxy Hey listen that one was always a bit twitchy Um Find the golden Foxy Foxy Oh Oh It's still There's a bit Is There's a bit You might want to try that On any room or something Oh my No it's too late Hmm Hmm Don't forget the music box Don't forget the music box I'll be honest I never liked that puppet thing It was always Thinking that it could go anywhere I don't think the Freddy head mask would fool it So just Don't forget the music box Anyway Come so schnell Have a good night And I'll talk to you tomorrow Was nicht Fredbear family Deiner So Da 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 Oh Da 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 Oh Oh ich wollte gerade bei maske aufsetzen obwohl er nicht mal eine sekunde da ist ja erholten fox er war cool wenn es den gibt richtig ist dass jeder mit johnny aus red der family deiner wir haben es geht da normalen der music box geht sehr langsam runter also wenn das schon weg ist sehr langsam wieder freddie ray kann mich immer töten egal wann also egal wann nicht oh foxy oder jetzt bist du mal schneller da länger da ja denn nicht denn nicht denn nicht denn nicht denn nicht wie das schick das ist das ist das kommt noch frey meine frische bleibt da noch zwei stunden da warum ist so dunkel ey oh ne frey konnte die schicken das creepy nacht der frey ist viel einfacher man sieht alle kommen aus dem hallway verdammt das aber schnell wenn aber auf die falsche cam das kann meine untergang werden er ist nicht gleich so ist aber vor uns ist ganz schüchtern ob sie rein in der ersten nacht 5 nach 1 schon los hat niemand aus gegen foxy eigentlich braucht man links und rechts nicht schauen wenn man kann man muss es schauen wenn man zweimal ein windgeräusch hat weil es können zwei mit schon nix gehen also es kann sein dass ein 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 oder ein zweiter nymotronik in den schacht kommt ja auch kochen nach hinten nicht schon wieder freddie ja das war natürlich diesen schacht geräusch keine ahnung ob geht das hören ich muss sagen ganz weit runter stellen weil selbst für mich ist das auch viel zu laut und ich hab's geschafft so wie wie lang zehn minuten ja aber ich denke die auf noch mit nicht die minuten also machen wir stellen doch die tritt nacht also nicht so wegen schneiden und so ja mach ich nicht das nervt nicht dass man auf der falschen käme haben ja doch genau der golden sachen sind aber scary das wie es ist die 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 Vielleicht kann ich sogar die dritte Nacht Kann alles sein? Oh jetzt kommt die Ritter mit Ronik Oh jetzt muss ich immer das machen Jetzt ist ein Problem Oh nein Balloonboy Balloonboy ist jetzt auch noch aktiv Balloonboy lache plus schau Er ist im Schacht Denn Balloonboy Balloonboy plus Schachtgeräusch ist gleich Balloonboy im Schacht Balloonboy ist ungruselig Die meisten Für mich Schaut er komplett in die Seelen Und das ist das große Wickel Oh Balloonboy ah ja und wieso bonnie kommt sehr oft also die witte animatronics also wieder bonnie oh mein alle gut ich leuchte so oft wie es geht nein über das schon wieder schafft das war schnell du kannst wir nicht haben können also das war das schnell das war meine schnellste reaktionszeit so schnell habe ich noch nicht nie reagiert in meinem ganzen leben aber dann lief oh mein gott das ist doch ein scherz 3 uhr meine fresse da kommt die ganze band wieder ich hab die nicht mal gehört wo kommst du denn ich bin jetzt meine fünfte ich bin jetzt schon mal dann eine Kamera runter Oh nein Oh mein Gott Was Fehler gemacht Geh weg Danke Ich glaube Ich sollte einen anderen Finger gehen für Steuerung Weil ich hab immer mal einen kleinen Finger benutzt Gibt irgendwie eh niemanden Aber Mal das nochmal so anmerken Okay Ist wieder weg Alle Das ist ein bisschen Na Come on Meine Maske funktionierte nicht Ich lass jetzt die Maske oben Sterbe so oder so Jut 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 Euer Tag Meiner schlägt Komm ich hoffe es ist jetzt 60 Uhr Aber ich glaube das geht sich nicht mehr aus So Alle mit Pappen Oder Foxen Ja Vurde Ich suppe Dann Dr. Moment Rright W测 pr Ah, schade. Ja, okay, das war's mit dem Video und ich sage Tschüss.